Es ist ein Tipps für Verbesserung der Dehnung. Und wieder locker auf der Stelle, locker auf der Stelle. Und mit der Christian Yo-Foor zurück, zwei, drei Schritte und nur die Rechte schlägt. Rechte Aussage nach vorne. Surya-Shi, Nachstellschritte mit ganzem Körperkissen. Immer so drei und wieder zurück. Surya-Shi, Nachstellschritte mit ganzem Körperkissen. Und wieder zurück. Surya-Shi, Nachstellschritte mit ganzem Körperkissen. Ichi, Surya-Shi, Ni. Okay? Und jetzt kommt einfach nur ein Sprungwechsel. Nummer drei, Sprungwechsel. San. Und wieder Okurya-Shi, ganze Schritt. Ichi, Surya-Shi. Und das gleiche zurück. Okurya-Shi, ganze Schritt. Ni, Surya-Shi, San. Und dann, Sprungwechsel, San. Okay? Kommt soweit alle erstmal mit. Eine Zählzeit vor, Schritt, Schaffeln heransetzen. Okurya-Shi und Surya-Shi. Ichi, An-Shi. Und das gleiche zurück. Okurya-Shi, Surya-Shi. Ni, An-Shi. Und Sprungwechsel, San. Und wieder. Ichi, Okurya-Shi, Surya-Shi. Zurück. Okurya-Shi, Surya-Shi. Und San, Sprungwechsel. So, jetzt müsstet ihr das alles drin haben. Locker. Vor. Ichi. Ni. Sa. Ichi. Ni. Sa. Ichi. Ni. Sa. Ichi. Ni. Sa. 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 Okay. Und. Einfach als eine Zählzeit. Als eine Zählzeit schön locker bleiben. Das ist alles einfach nur eine karate-spezifische Erwerbung. Ichi. 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 So schnell zu werden. Ja, mach! Du! Und, let's say du! Wir sind zurück. Und einfach vorne, hinten übersetzen. Immer eine Sequenz, ja? Vorne, hinten und gleich wieder zurück. Drück, dich, dir, san, chi, go, drö guck, dich, alt, du, joh! Arme hoch, entgegengesetzt kreisen. Ich, mi, san, chi, wo. Antai. Ich, mi, san, chi, wo. Jetzt nur die Schultern entgegengesetzt kreisen. Ich, mi, san, chi, wo. Antai. Ich, mi, san, chi, wo. Für alle, die das umsetzen konnten, war es nur eine Erwärmungsübung. Und für die anderen, die das noch nicht so gut umsetzen konnten, war es ein kognitives Training. Okay. Und jetzt noch gar nicht. Füpfel, ausschütteln. Ich, mi, san, chi, wo. Rock, chi, ach, chi, wo. Du. Und ganz entspannt, mach kurz einen Hampelmann. Ich, mi, san, chi, wo. Locker. Das gleiche vorwärts. Ich, mi, san, chi, wo. Locker. Jetzt gehen Beine seitlich und die Arme vorwärts. Ich, mi, san, chi, wo. Locker. Beine vorwärts, Arme seitlich. Ich, mi, san. Und locker. Aber schütteln. Und einfach hier reingehen. Und einfach hier reingehen. I, ch, auseinanderdrücken. Mi, ausstehen. San. Chi. Hoch. Hoch. Chi. Hoch. Ein bisschen auseinander. Ein bisschen auseinander. Noch nicht zu weit. Noch keine Maximallegung. Und einfach wieder nur schraubeln. Hoch. Und ein bisschen zurück. Und wieder vor. Ich. Oh. Mi. Oh. San. Oh. Chi. Oh. Go. Oh. Rock. Oh. Shi. Oh. Hachi. Und die, wie heißt es, die Handkante, Handrücken auflegen. Eine Hand zur Decke. Und wechseln. Ich. Mi. San. Chi. Oh. Andrück. Chi. Hachi. Du. Du. Und wieder ein bisschen hin und her schaukeln, Ich, Mi, San, Chi, Oh, wieder ein bisschen zusammenkommen, langsam hochkommen, lockern, übersetzen, hier reingehen, Ich, Oh, Mi, Oh, San, Oh, Chi, Oh, Mo, Rock, Oh, Chi, Oh, Hatsch, das rechte Bein, also hier einfach pendeln, Arme entgegengesetzt, Ich, Mi, San, Chi, Oh, Anteil, Ich, Mi, San, Chi, Oh, Einfach vorne ausstrecken und einfach nur hier runter, Ich, Mi, San, Chi, Oh, und her zurück und jetzt wieder hier kreisen und immer hier unten kurz einrasten, kurz einrasten, Tür zu und wieder die Tür auf, Tür zu, Tür auf, Ich, Oh, Mi, Oh, San, Oh, Chi, Oh, Go, Oh, oder Glüh jeил, die Tür auf, Tür auf, schwierigen und drehen die Tbrechung und Und wieder ein paar Seiten, meter und zwischen die Tren und międzyüğe Bein, zwei, drei, und momenten, jetzt nachему, Aus TSCHI und dựst und auch das Manuel zusammen. Oder ist das cocktails eingeht. und genau das und einmal wieder den vierfüßler stand da an position und dann wieder die hacke zum boden und wieder runter aber nicht absetzen und 2 und dann drei und vier und drei und vier und fünf und vier Okay. Und letzte Sache für die Erwärmung. Dann geht es endlich los mit der ersten Kombination. Wieder Fußfessel fassen. Hoch. Und zurück. Ich. Richtig die Hüfte leicht überstrecken, damit mehr Zug in den Oberschenkel kommt. Und nie. Und jetzt wirklich festhalten. Ausstrecken. Mal gehen. San. Chi. Oh. Jetzt würde ich mal hier in die Position gehen. Rock. Shich. Die Standwaage. Arsch. Job. Und Handtai. Andere Fuß. Und ja. Gleich machen wir gleich zu machen. Ich. Hoch. Nie. San. Schön. Arm hoch. Hintern hochziehen. Schön. Schön die Rückenmuskulatur aktiviert. Wo waren wir eigentlich? Oh. War? Rock. 上. 1. Schuss. 2. Ach. 8. 9. 10. 10. 10. 10. GenSP. Sehr gut. Okay. Na. Kleine Koали obra. zeig seitlich machen wieder einfach los geht es die fußes vorne sieg seitlich sieg seitlich sieg seitlich die vier die vier sieg seitlich sie ist es ich zeige von der seite wir machen jetzt kein richtiger zurück aber wir verkürzen die distanz aus der kammer hier ziehen wir hier den oberkörper leicht ich habe die händler in der anderen kammer und gehen einfach nur vor kiesern stehen dann wieder zack und zack ich zeige es noch mal von vorne dass sie aussieht mit der kammer dass die er wechselt wird also der wechsel das ist der wechsel und dann gehe ich wieder vor und aber ganz locker es war eben schon zu hart zwei zeit die 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 anteil an der fuß an der fuß erst mal wieder nur juli hatte ich ja vergessen erst mal wieder nur juli hat vor zurück nicht zwei steps das ist so ja das ist so ja nein nur gleich schön auf die verbindung hier von den ellenbogen zum körper ja das muss ich nicht raushalten ich die kammer hier die kammer hier ok und jetzt auch der auslage auch und und Jetzt steht hier locker ein Kawai, wenn ich zähle, macht ihr das, wieder stehen. Und stellt euch vor, dass ihr blockt, ihr kriegt einen Angriff, zack, ob es dann hier ist oder hier, spielt gar keine Rolle, aber ihr müsst hier verdrehen und dann geht ihr wieder rein. Okay? Alle verstanden? Also geht's. 1. 2. 3. 4. 3. 3 4 5 5 6 1 1 2 1 3 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 10 11 11 12 13 15 15 15 20 11 15 16 15 15 Der Fuß hat eigentlich noch gar nicht komplett aufgesetzt und dann kommt schon der Gergum hinterher. Okay, alle verstanden? Hinstellen, linken Fuß vorne. Pi. Pi. Sa. Pi. Jo. 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 Andere Fuß. Lino, bei dir müssen Jonan Schudan mehr hier sein. Du schlägst Jonan hier. Der Jonan geht richtig und der geht vorbei. Und warum geht der vorbei? Weil du die Hüfte nicht richtig eindrehst. Ach. Ach, das. Das muss hier die gleiche Ebene sein. Nase, Brust, Bein, Bauch, Nabel. Eine Linie. Von der Zielebene her. Okay. Andere Fuß ist das gleiche. Ja. Dich. 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 O. Dich. 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 donnerstag oder freitag keine ahnung mehr das gleiche rausgehen mit diesem ansetzen war noch vor mehrere perspektiven wir hatten zurück sami jaku und dann setze ich den hinteren fuß mit dem jacobie wieder ran 45 grad auf die sami jacoban übernehmen 45 grad aus ich mache es andere perspektive zack 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 45 grad aus einmal eure perspektive fluss zu bleiben schieb schneller zu werden Besser. Genau. stellen stellen gleiche und sobald das passiert sobald das passiert macht ihr diese aktion sobald das passiert macht ihr diese aktion ich komme einfach kiesami sowie und ihr müsst ja hier reagiert ja die macht hier kann hier weg sein oder hier weg seine spielt keine rolle okay los geht's reagieren ich stelle bereit sein bereit sein schon starten wollen genau und lockern andere auslage das gleiche erst mal wieder nur bewegungsfluss noch gar nicht voll reinkloppen jetzt den bewegungsfluss nutzen wie so eine aktive pause ok wie 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 so wie wie wo okay dass zu der ersten zu der ersten kombination kommt die zweite ok zweite kombination braucht ihr platz für so anderthalb schritte nach vorne ungefähr anderthalb schritte nach vorne mache ich mache es vor und zwar es ist kisamigaku kamai maigiri hinten absetzen und dann vorgehen ok ich mache nochmal vor kisamigaku kamar maigiri hinten absetzen sobald der push hinten kommen barmakt zur reaktion vor eigentlich gleich andere aussage machen wenn man schon so stehen kann man gleich andere aussagen die sie oder haben alle verstanden muss ich jetzt nicht noch x mal erklären kisamigaku kamai maigiri hinten absetzen vorgehen aus oder ich ist nur kisamigaku ich meine hinten absetzen nie vor den größten kisamigaku zu kisam genau und nochmal nochmal weiter guck mal ich war aber nie zahn war war und nie ach so kerl du siehst du die anderen nicht da muss ich noch mal kurz mitmachen siehst du die anderen siehst du die andere siehst du die anderen muss man kurz meine sachen ordnen ok jetzt machen wir es auf eine zählzeit die ganze kombination und der fokus soll sein der fokus ist dass ihr auf diese aktie reaktion geschichten achtet wann will mich die kraft wieder in die andere richtung katapultieren die ich gerade aufgenommen habe deswegen ist mir auch wichtig dass hier wieder ein kamal geht mit der oberkörper verlagerung ich mache einmal vor und ihr müsst es machen wenn ihr gleich am anfang ich will nicht sagen wird nichts mehr rauskommen aber ich wird werdet euch nicht so gut auf das dieses detail konzentrieren können es geht um die bewegung muss fluss und im fluss bleiben versucht ihr immer schneller zu alle verstanden uns hinstellen eine zielzeit immer alles wie wie Ah! Eee! Ohohoh! Bro! Gees! Mach! No! Yo! Und ame! Groß! Das dazu! Angriffskombination, schön Aktion, Reaktion, rausarbeiten. Das Ding ist, hier kann man ja auch nicht so unwichtig. Ach, gehe ich heran oder gehe ich irgendwo hin. Ach, Richtung der Kamera ist wichtig. Okay, nächste Übung ist Ushirogeri. Ushirogeri. Okay. Und zwar Ushirogeri absetzen Uraken, Jakob. Okay. Ich mache einmal vorseitig. Hier. Ich habe mich gerade total aus der Linie rausgedreht. Ich habe mich gerade voll verloren. Hätte ich es nicht gesagt, wäre es ja vielleicht gar nicht aufgefallen. Also nochmal. Hier drin bin. Samyak. Äh, Quack. Uraken Jakob. Okay. Uraken Jakob. Das möchte ich sehen. Okay. Und wenn ihr die Technik, die letzte gemacht hast, wieder Kamai gehen, dann schafft ihr euch wieder ein bisschen Raum, dass ihr Platz habt für den nächsten Technik, dann geht es weiter. Immer bis 10, ne? Easy, los. 15. Los. 16. 19. 20. 20. 20. 20. Oh! Fuck! Shit! und letzte wir bleiben dabei ich erwarte noch 20 mal diese kombination aber jetzt kommt immer eine technik noch dazu und zwar ist der auftrag einfach dieser messung und ganz kurz kathrin die kam nach der technik wenn du das alles gemacht hast kam es nicht nur die hände hin das ist so wenig getroffen du musst wieder raus gehen muss weg geht nicht einfach auf der stelle die hände hochnehmen sondern du musst wieder rausgehen ok los geht's ich Vier. Vier. Saar. Vier. 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 ich erkläre wieder und jetzt verbinden wir das wieder mit diesen komischen ansätzen ausgehen nach dem jahr zu gehen also macht ihr wieder die uber kind jaco annehmen und weg ein bisschen weiter weg ok alle verstanden los geht's und hinstelle auch noch mal sagen hinstelle hinstelle Hinten stehen, schieb, hinten stehen, weiter, go, hinten stehen, bereit sein, rock, bereit sein, schnell, ihr müsst in euer Zimmer kämpfen, hart, go, und letzte, go, ein bisschen höher, jetzt kommt ein Reaktionsspiel, okay, ich hoffe, ihr könnt meine Hände halbwegs gut sehen, meine Hände, also ich habe meine Hände die ganze Zeit hinterm Rücken, okay, nehmt mal irgendeine Auslage vor, ne, ich habe meine Hände hinterm Rücken, okay, und zwar wie folgt, ihr müsst mir immer folgen, und immer auch das, was ich dann zeige, müsst ihr auch die entsprechende Technik bringen, also eigentlich nur die Richtung entscheidend, ja, gut, also zum Beispiel, ich gehe auf euch zu, ihr müsst etwas von mir weg, macht mal mit, ihr müsst etwas von mir weg, genau, jetzt gehe ich von euch weg, ihr müsst etwas auf mich zukommen, genau, jetzt gehe ich etwas zur Seite, ihr müsst mir folgen, follow me, ich gehe zur anderen Seite, folgen, ob ihr dazwischen durch die Auslagen wechselt, spielt alles keine Rolle, gehe ich vor, geht ihr zurück, gehe ich zurück, geht ihr vor, gehe ich zur Seite, folgen, gehe ich zur anderen Seite, folgen, okay, und jetzt machen wir folgendes, wenn ich meine Hand vor das Kinn nehme, kommt Kisami Suki, mach mal mit, Kisami, wenn ich meine Hand vor den Bauch nehme, kommt Jakku, wenn ich mache, Kinnmao, kommt Kisami, Jakku, wenn ich hier mache, zack, kann zum Beispiel kommen, entweder Uraken oder Mawashi oder Uramawashi, spielt keine Rolle, etwas, was da hinpasst, okay, oder ich nehme die Hand hinten auf den Rücken, dann die gleiche Aktion Schuhe dann, okay, haben wir es alle verstanden? Ja, super, warte, bereit sein. Ja, super, warte, dich, bauch. ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? So, jetzt dürft ihr euch erstmal zentralen jetzt erholen jetzt kommt aufgabe immer wenn ich was zeige wir machen kleine vorübungen und zwar wieder zur tage kleine vorübung zur tage auf die füße jetzt kommt wieder herrschen, andere Seite 2,5,3,4,5,6,7,8,9, doch mal kurz dass ihr mich vorne seht von oben sind die Hände offen nach unten ziehen jetzt kommt wieder unser spielchen von eben zeigen das zeige spielchen und ihr müsst einfach im anschluss immer nagewahrsam also zum beispiel befehl kommt kisami suki macht ihr oder kisami yaku oder hier habe ich entschieden für uramawashi also auf die technik folgt nagewahrsam ok ob es dann durchziehen ist oder hier oder hier ist euch überlassen los geht's ok ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und joi Okay Und So ein bisschen als Was heißt als Cooldown? Jetzt kommt Kata Und wir haben Letztes Mal Gagag Die machen wir jetzt auch wieder Gagag Okay Ja Aus geht's Zusammen Zusammen Anger Gagag 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 H 10 6 6 7 8 9 10 20 3 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 29 29 30 San, Chi, Drehung, Gedanerei, hoch, Duke, Röck, Chi, Wiedergericht, Ha, Chuh, rumdrehen, gleiche Technik, Gedanerei, Ich, Nelan, Schuh, Ni, und Sa, Chi, Drehung, Manchu braucht die Stelle, Ich, Schritt, Ni, Bittung, San, An die Hüfte, Fahne, Chi, Rö, Rö, Hüfte, auf den Haken, Ich, Ni, San, Chi, Komplett, Aufstehen, Go, Likes, Boy, Rock, Chi, Arch, Tock, Leach, Ni, Sa, Ich, Ni, Sa, Chi, Rö, Off,ainedlethung, Und ich laufe jetzt nicht mit. Alle, die sicher sind im Ablauf, machen jetzt Gangagg und alle Farbquote, die sich nicht sicher sind im Ablauf, machen bitte Heerngurdan und Weiß macht bitte Heerngurdan. Wenn ihr Heerngurdan nicht könnt, müsst ihr Heerngurdan machen. Hake, also Joi, Kater anzeigen, Abojen, Joi und Hajime! In Domo, mach einfach eine andere Kater, genau, dann mach Heerngurdan. Gut, alles gut. Gut, alles gut. Okay, super. Und zum Schluss nochmal kurz, achso, nee, da sind zwei noch nicht fertig. Gut, alles gut. Okay, kurze Kniebeuge. Ich mach seitlich, wir können da gerade machen. Füße nehmen, Wander. Atmen beim runter, ausatmen beim hoch. Und heißt immer hoch. Und heißt immer runter und die Zähzeit heißt immer hoch. Der Po geht zurück wie beim Schieblieben. Ich, 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 achso, nee, das ist ja und, sorry, wir müssen nochmal neu anfangen. Und heißt ja runter, ne? Und, ich, und einatmen, ausatmen. Und im acha-cnia? Und dasher.. Und drack... Und inchnit. Und ausatmen. Und ausatmen. Und lege. Und gig. Und date. Dad. Und hozem und imgestïالم. Und, Juh. Okay. Und, Bich. Und, Ni. Und, San. Und, Chi. Und, Go. Und, Rock. Und, Rock. Und, Chi. Und, Arch. Und, Juh. Und, Juh. Super. Und wieder die Füße eine Linie. Füße eine Linie. Knie leicht gebeugt. Arme verschränkt. Augen schließen. Hajime. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Shichi. Achi. Kyu. Juh. Und schütteln. Andere Seite. Hand rein. Andere Fuß vor. Knie leicht gebeugt. Position. Augen schließen. Hajime. Ich. Ni. San. Chi. Wo. Rock. Shichi. Hachi. Kyu. Juh. Arme. Muss. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Okay? Weil sonst schließen die mich ein und dann muss ich heute im Stadtbad schlafen. Okay? Habe ich keine Lust drauf. Okay. Also, Füße zusammen. Jetzt ab. Mort. Moksut. 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 Hopet. Dennis. Oh, Takani. Rei. Oss. Oh, Kirits. Oss.